Oh, hallo, haha, sehr geil. So, hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder eure Sandora und heute sind wir in Vader Immortal. So, hier haben wir jetzt das Settings, dann Comfort, Standard Settings, machen wir einfach mal, ja, Standard, Lokomotion, Movement, Teleport, ne, will ich nicht, dann machen wir das. Guck mal, können wir sogar noch Linkshänder oder Rechtshänder einstellen, also womit wir denn laufen wollen. Ne, lassen wir mal so, genau. Ähm, Player Rotation, Rotation on. Smooth turn on. Okay, läuft. Zurück. Guck mal, sogar im Sitzen können wir das Ganze spielen. Sound-Einstellung haben wir, Video-Einstellung haben wir, okay, Video-Einstellung haben wir nur High oder Low. Läuft. So, dann gehen wir mal zurück und starten einfach mal das Spiel. Ui. Sieht das cool aus. Hallo. Hey, kannst du mal ordentlich fliegen? Kann ich hier was machen? Oh ja, guck mal. Da auch noch? Grab. Ey, Leute, sieht das mal geil hier aus oder sieht das mal geil aus? Ja, ist ja gut. Schrei mich doch nicht an. Mensch. So. Wee. Wuhu. Du gehst hier ab, ey. Der ist ja mal geil. So. Boah, jetzt seh mal zu. Schlafe ein. Du wirst ganz müde. Ganz müde. Und du schläfst ein. So. Okay. So, drehen. Move, bewegen. Läuft. Oh. Oh, da gingen die Lichter an. Jo, jetzt können wir hier mal kicken. Keiner kijkt. Was ist das denn? Hallo. Oh. Ei, ist das geil. Guck mal die Erde. Ei, ist das cool, ey. Okay, Strom sparen. Oh, guck mal hier. Okay, ich hab wohl keine Munition. Geh ich mal von aus? Oder? Nee. Guck mal, können wir festhalten. Einmal hier hinten. Geil. Okay, hängen wir mal wieder hin. Läuft. Ordnung muss sein. Das hat mal cool gemacht. Alles. Geile Kiste, ey. Gleich. Alter, was liegt denn hier oben drin, ne? Guck mal, da ist ein Sklead. Sklead-Kopf. Hallo. Da sind noch mehr Sklead-Köpfe. Irgendwie Hörner oder irgendwas. Ach, guck mal, was bist du denn? Ja. Ey, wie geil, ey. Oh. Du kriegst mich nicht. Geil. Gut. Oh, hier liegt auch noch ein Horn. Kann ich das aufheben? Nee. Mein Helmchen. Oh, look at that. Remember the Vinta Harvest Classic? Kann ich das aufsetzen? Zack. Die Luke kann ich aber nicht runter machen. Schade. Aber jetzt habe ich voll eingeschränkten Blick hier. Nee. Aber sehr geil. Zack. Was ist das denn hier alles? Cool. Kann man das essen? Sieht ja geil aus, ey. Ey, Hammer. Das ist richtig geil gemacht. Was hast du denn hier? Kann ich die auch? Oh, ja. Ah, die ist schwer. Ach, das ist eine Hand da drin, ne? Geil. Richtig geil. Wahnsinn. Okay, den kann ich... Doch, kann ich auch anheben. Hallo, du bist ein Roboter. Redesketschip viel. So, jetzt stehen wir hier. Okay, wir sollen das Schiff scannen. Oh, guck mal da. Fehler. Drücken wir den mal? Zuck. Okay. Da. Nächster Fehler. Ja, nun. Mach mal hin, ey. Reparieren. Zuck. Ich glaube, ich hätte das Ganze im Sitzen spielen können, aber okay. Was ist jetzt los? Du hast es kaputt gebaut. Oh Gott. Uh, okay. Oh, was jetzt? Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen, okay? Nein. Oh, scheiße. Weil ich mich bewege hier, kriege ich ein Black Screen, dass ich bitte zurück ins Spiel soll. Oh, was kommt denn da? Hallo? Du hast gar keine Beine. Aber sehr, ey. Richtig geil gemacht hier, ey. Hallo? Ach da, ist auf dem Monitor. Ganz schön dunkel. Äh. 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 Das hat mal geil gemacht, ey. Hammer. So, Eskorte, würde ich sagen. Sehr, sehr geil. Hammer, ey. Richtig geil. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, me too. Oh oh. Hallo. Ich komme in Frieden. Glaube ich. Yo. Ich glaube, ihr kommt nicht in Frieden, ne? Und jetzt? Ah, ich kann mich wieder bewegen. Oder? Ne. Die klopfen. Wenn wir leise sind, wissen die nicht, dass wir da sind. Nein. Bis jetzt? Okay. Skimm my hand. Räumt der jetzt in der Off? Los. Was auch immer das macht jetzt. Sag, wir sind duschen. Oh shit. Äh. Okay. Ey, ganz ruhig. Ganz ruhig, Jungs. Oh oh. Alter, wie krass. Was ist denn die Kuh gemacht, ey? Tschüss. Eieieieieieiei. Ey. Ui. Was bist du denn? Redet der gerade mit mir? Ich höre nämlich gar nichts mehr. Okay. Weih, ist das mal geil gemacht, ey. Ganz schön dunkel alles. Äh, ich hoffe ich muss da nicht rauf. Da kommt der dunkle Lord. Du bist nicht mein Papa. Äh, äh. Alter, du warst aber auch schon mal schlanker. Eieiei. Was willst du jetzt so? Ich soll das aufmachen? Ah, okay. Ist das mal cool, ey. Okay, dann gehen die automatisch rein. Oh, sehr geil, ey. Guck mal, habe ich es geschafft. Und jetzt? Ey. Okay. Ich bin dein Held. Sozusagen. Okay. Tschüss. Na cool, ey. Richtig geil. Hallo. Der zieht mich doch bestimmt gleich ran und erwirkt mich oder so. Kann ich wieder laufen? Ja. Hey, das ist mein Freund. Hallo. Alter, sieht der krass aus. Kam nicht ran. Alter, siehst du geil aus. Hallo. Ey, ist das geil gemacht. Auch mit dem Lichtanfall und den Augen und das alles. Geil. Du hast komische Finger. Wo ist du denn? Du kommst ja nicht ran. Was ist das? Sieht aus wie beim Doktor, was sie im Ohr immer reinmachen, ne? So. Guck mal. So. Hier. Und jetzt? Huch. Ja, und wo packe ich das jetzt hin? Einfach wegschmeißen? Ach, guck mal. Damit kann ich sogar noch bohren. Uiuiui. Broren wir nicht mehr. Pam. Ey, ich hab ungeahnte Kräfte. Ah, okay. Nee. Auch noch rausziehen. Ha, 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 ha. Jetzt? Nee, okay. Also, er geht schon da automatisch zu den Sachen hin, die man machen soll. Hallo, ihr seid draußen. Kann ich den wegpacken? Ah, okay. Jo. Super. Ist das geil gemacht, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Hallo. Boah, ist ja cool. Geil. Ungeahnte Fähigkeiten. Ja, ich komm. Wahnsinn, ey. Ach, guck mal. Muss ich auch wieder aufmachen? Okay. Okay, den ziehen wir noch raus. Den hoch. Den da wieder rein. Und jetzt, äh. Explodiert hier gleich was? Ne. Ui. Oh. Hallo. Tsch. Haha. Sehr geil. Gibt es mir die Waffe? Auch nicht. Naja, okay. So, hier rein. Ja, auf dem Boden sind manchmal immer so Positionen markiert, an die wir uns hinbegeben sollen. Oh, cool. Ich will auch zum Rand. Gut. Oh, oh. Ich hab nix, womit ich mich wehren kann. Okay, die wissen wohl, dass wir weg sind. Super. Alter. Ich bin voll fasziniert von dem Ding hier. Hallo. Okay. Opfert er sich jetzt? Hallo. Okay, wir fahren weiter. Ach guck mal, du kannst auch so die Dinger manipulieren, ja? So, und jetzt? Okay. Oh, ich kann mich wieder bewegen. Okay, du kannst nicht mehr. zack. Äh. Ziehen. Drehen. Ah, drehen. Und jetzt? Da oben. Den drehen. Guck mal, da geht was auf. Ja, cool. Ey, wie lange muss ich denn hier drehen? Und jetzt? So. Zack. Oh, ne Lade. Ja. Jetzt müssen wir hier auch noch klettern. Okay. Coole Sache. Zack, ey, ne? Das Ding geht nicht zu. Eigentlich war da meine Biene noch drin, ne? In den Rohren hier können wir uns auch festhalten. Richtig cool. Aua. Huch. Okay, hier auch noch hoch. Okay, from here on out. Can we just stick to places that don't require climbing, please? Hallo. So. Da ist ein Hebel. Zack. Was ist das denn? Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, dass er mir sagt, ich soll wieder ins Spiel gehen. Obwohl ich eigentlich ja drinne bin. Nur weil ich durch eine Tür gehe. Da ist die Tür zu. Uiuiui. Kannst du sagen, ganz schön dunkel hier. Cool. So, kriegst du die Sachen da auf? Okay, anscheinend nicht. Ich nehme jetzt mal... Uiuiui. Oh oh. Scheiße. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay. Ah, pfuh. Blöder Arsch. Oh, weiß ich doch nicht, wie hier... Ey. What? Ich komme jetzt mal weg. Okay, ich brauche den auch nicht festhalten. Das ist schon mal super. Ey, ich halte mal ein komisches... Ey. Ey. Ich halte ihn doch. Muss ich den Haar genau da reinhalten? Zack. Okay. Okay. Okay, dann kriegen wir das Kämpfen hier nochmal erklärt. Oh Gott! Oh. So. Combination Attacks. Kann ich mich einfach fuchteln? So, jetzt. Jo, excellent. Okay. Oh oh. Okay. Zack. Ja, läuft er. Ich habe den Arm abgeschnitten. Hä? Scheide, dass ich die nicht öfter hauen kann. Oh, da sind ein paar mehr Arme ab, wa? So. Puh. Haha. Läuft. Aber sehr, sehr geil gemacht. Echt, muss ich sagen. Ich bin eigentlich beeindruckt, Captain. Hä? So. Okay. There's no time to celebrate. I found a way out. Okay. So ihr Lieben, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick gehabt in Vader Immortal. Richtig cooles Game. Ich weiß, ich sage es auch ziemlich oft drinnen, aber ich bin wirklich fasziniert immer wieder, was in VR alles möglich ist. Also mit dem Kauf macht ihr definitiv nichts falsch. Ja, in Kürze wird auch noch der zweite Teil, also mein zweiter Teil erscheinen und das ist dann das Ende von Episode 1 mit. Und da können wir echt dann nur hoffen, dass bald Episode 2 erscheint, weil es macht wirklich richtig Laune. Ja, wenn euch gefällt, was wir machen, dann würde es uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst. Und wenn ihr uns natürlich abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Haut auch auf die Glocke, damit ihr mal erfahrt, wann es was Neues bei uns zu sehen gibt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.